Neue Zahlen der Aids-Forschung zeigen auf, dass das HI-Virus schon lange nicht mehr nur ein Problem der dritten Welt ist, sondern auch zunehmend in Österreich an Präsenz gewinnt. Trotz vielfältiger Aufklärung, sowohl in Bildungseinrichtungen als auch via spezielle Anti-Aids-Kampagnen, unterschätzen vor allem Jugendliche die potenzielle Ansteckung. Doch führt der allgemeine Glaube, selbst von einer Krankheit nicht betroffen zu sein, die heutige Jugend zu leichtsinnigerer Sexualität? Frauen tun es, Männer tun es und sie tun es bestimmt immer noch. Doch bei der schönsten Nebensache der Welt infizieren sich immer noch Millionen mit einer der gefährlichsten Krankheiten der heutigen Zeit. Wer glaubst du ist in Österreich hauptsächlich von Aids betroffen? Welche Gruppe? Schwule und ja, halt, die was halt auf den Strich gehen. Bewusstsein zu schaffen für die Krankheit an sich und deren unbestreitbare Präsenz in der Gesellschaft ist eines der Hauptanliegen am Welt-Aids-Tag. Diese Unbetroffenheit von einer Krankheit, ist es möglich, dass das Jugendliche sehr zu leichtsinnigerer Sexualität einfach wird, weil man denkt, man ist selber nie betroffen. Also ich habe jetzt gerade zur Vorbereitung zum Wiener Aids-Tag eine Studie gelesen, die eigentlich sagt, dass die Jugendlichen recht gut über HIV informiert sind, aber nach wie vor Berührungsängste haben. Ich denke mal, man hört auch 2009 noch immer so, naja, wer HIV hat, ist selber schuld, ja, der muss ein Lotterleben geführt haben oder der oder sie war drogenabhängig oder das ist ein Schwuler, ja, also so abwertend. Und wir sind alles Menschen und HIV fragt nicht nach Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, sondern es kann jeden treffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017